So, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder aus dem Urlaub zurück und die Season 10 ist da. Also ich hab ja jetzt eine Woche lang nicht gespielt, also wundert euch nicht, wenn das Gameplay jetzt nicht das allerbeste ist. Also ich hab auf jeden Fall ein bisschen Arena gespielt, es wurden ja alle Punkte zurückgesetzt und es gibt jetzt ein ganz neues Punktesystem. Und dann ist hier noch der neue Shop, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr rechts unten meinen Creator-Code eintragt, ARINFN, dann annehmen. Und irgendwie sieht man jetzt rechts oben nicht mehr, wen man eingetragen hat als Creator. Aber naja, dann würde ich sagen, ich verlose auf jeden Fall noch fünfmal den neuen Battle Pass zur neuen Season. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur einen Kommentar schreiben und euren Insta-Namen dazu, damit ich die Gewinner dann anschreiben kann. Und ja, dann würde ich sagen, los geht's mit einer chilligen Arena-Runde. So, ich lande auf jeden Fall noch ein letztes Mal Tilted, weil in den nächsten Tagen soll ein neues Tilted kommen. Und es wird da nicht Tilted Towers heißen, sondern Tilted Town. Wer spielt anscheinend ohne Headset, hört mich aber nicht. Ich brauche jetzt endlich mal eine Waffe. Also ich habe vorhin schon drei, vier Runden gespielt und ich muss sagen, es macht echt mega Spaß, vor allem Arena. Das Einzige, was mich stört an der Season, sind diese komischen Roboter. Keine Ahnung, die nerven einfach mega. Hier war noch irgendwo einer. Was macht der denn? bei einer. Wo. Oh. Heavy ist ja noch nicht tot. Ach ja. So, dann zum Battle Pass. Ich finde auf jeden Fall, das ist einer der besten Battle Pässe bisher. Vor allem den Skin, den ich gerade spiele, finde ich mega geil. War hier irgendwo... Oh. Ach, nicht der Roboter. Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich gegen den spielen soll. Äh, ja gut, das war jetzt nicht so schwer, aber... So, komm, gib mir deine Metz. Ihr könnt ja auch mal eure Meinung über die Season in die Kommentare schreiben. Also, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet. Und wie ihr den Battle Pass findet. Oh, da ist irgendwo jemand. War der nicht hier irgendwo? Oh ja. Oh ja. Was? Was war das denn? Hä, was hat der für einen Skin? Oh ja. Alter, komplett verehnt. Junge. Ich stand vor ihm und hab zwei Schüsse verehnt. Naja gut, ich hab jetzt auch eine Woche lang nicht gespielt. Da kann man sich das schon mal erlauben. So, wo könnte jemand sein? Oh, da vorne geht's ab. Komm direkt hin. Was hat der denn gemacht? Warte mal, hatte der kein Holz? Doch. Okay, der hat fast kein Schild mehr. Okay. Digga. Okay. 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 GG. Oh, yeah, I doubted in this car. Oh. Okay. Okay. Fast. Junge. Der war halt echt nicht schlecht. Naja, hat sich richtig gelohnt. Ah, man kann jetzt viel schneller als Aufpacks werfen. Das ist nice. Jetzt. Ja. Okay. Okay. Check. Oh, gut. Okay. Das ist ja coolischer. Ich wäre hier jetzt. Zus czas 합' er nicht, kommen einfach. Okay. Das ist ja gut. Ich spelierdraut. Bis zum nächsten Mal, kommt hin. Ich kann das auch nicht sowas interesten. Alter Junge. Ey, der war so nervig mit seinem Roboter. Oh, hier ist einer. Warte, die Pump noch. Ah, ha. Ey, so nicht sein Ernst. Okay. 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 Endlich. So, gib schnell deine Mets. Nein. So geht's auch. Das war's auch schon mit dem Video, das erste Video aus der Season 10. Schreibt auf jeden Fall mal in den Kommentaren, wie ihr die Season findet. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. So. So.